Der Mann entnehmen zwar ein Geschenk. Gesungen. Wirbeln. Sie schließt Harry hervor. Klöbeln lächeln. Keine Zunge ab ihren Sandsee. Sagen. Ich habe dir schon alles gedacht, dass ich es machen kann. Ich habe ihn geschlossen. Severus? Quirrell lachte. Es war nicht sein übliches Zittrinschranz. Es war kein Rutschen. Ja. Severus scheint der richtige Mann dafür zu sein. Recht lützlich. So mehr schwirrt mir, wenn sie Hosen im Arm auf jeden Fall ist. Wer? Andy? Stopp! Ich bin aber nicht. Herr Dächtige. Ich bin aber nicht derregen. Ich bin ich? Ich bin herzüge. Ich bin hier in Anbaa. Ich bin da nicht. Ich bin auf demigen. Ich bin in Anbaa nicht. Wer mit den Hosen im Atmen ist?